Herzlich willkommen beim Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Schauen wir zunächst noch einmal zum Hurricane Irma. Hier mal ein paar Fakten. Er ist mit der Kategorie 5 mit der höchsten Stufe eingestuft, denn 280 bis 290 km pro Stunde wurden registriert. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Die höchsten Windspitzen werden dabei um das Auge herum registriert. Insgesamt zieht der Hurricane relativ langsam mit 26 km pro Stunde in der Zugbahn. Aber er ist riesengroß. Das ist die Fläche von ganz Frankreich. Also wirklich stellt er damit den Hurricane Harvey noch in den Schatten. Wir haben es ja gerade gesehen, wo er wahrscheinlich langziehen wird. Im Moment über Puerto Rico, dann Richtung Nordkuba und Richtung Florida. Es kann aber auch sein, ist nicht so ganz sicher, ob er Florida nur streift und dann noch weiter an der Ostküste der USA weiterzieht. Dazu in den nächsten Tagen mehr wahrscheinlich am Samstagabend wird er die Region um Florida erreichen. Aber wie gesagt, Irma ist nicht der einzige Hurricane im Moment. Es gibt noch Katia, der wird allerdings immer schwächer. Aber auch hier sind noch Windspitzen von 200 km pro Stunde im Moment möglich. Aber Kategorie 3 im Moment, er wird wahrscheinlich schwächer und das Land nicht erreichen. Und dann kommt noch Hurricane Jose. Und der könnte auch noch mal ziemlich gefährlich werden und vor allem die Karibik-Region erreichen, die jetzt im Moment schon sehr heftig von Irma betroffen waren. Dazu dann in den nächsten Tagen mehr. Schauen wir auf das deutlich ruhigere Wetter in Mitteldeutschland. Da gab es heute viele Wolken, aber zwischendurch auch ein bisschen Sonnenschein und ein paar Schauer, die noch über uns hinwegzogen. Auf dem Radarfilm sieht man es sehr schön. Vor allem Sachsen war dann doch recht stark betroffen. Es waren zwar immer nur kurze und schwache Schauer, aber immer wieder gab es welche. Im Moment sind auch noch Einzelne unterwegs, die allmählich Richtung Südosten abziehen. Morgen sind wir dann so ein bisschen zwischen den Stühlen und auf der Vorderseite von einem neuen Tief. Es heißt Quasimodo und wird vor allem den Nordwesten Deutschlands treffen. Der Wind frischt auf, die Temperaturen gehen hier zurück und hier wird es jede Menge Regen geben. Wir liegen quasi kurz davor, zunächst sogar noch Sonnenschein Richtung Sachsen. Dann sehen Sie das kräftige Regengebiet von diesem Tief Quasimodo und am Wochenende dann ein neues Tief, vor allem über den Alpen aktiv. Und hier wird es sogar schon jede Menge Schnee geben, denn die Temperaturen gehen zurück. Das heißt, hier in den höchsten Lagen wird schon eine ganze Menge Neuschnee fallen. Schauen wir auf das Wetter in Mitteldeutschland. Da sind heute Nacht eine ganze Menge Wolken unterwegs und wie gesagt, die letzten Schauer am Abend ziehen ab. Dann lockern die Wolken hier und da mal auf. Zum Morgen hin Richtung Niedersachsen erster Regen. Das Ganze bei Temperaturen von 13 bis 7 Grad. Ganz normal für die Jahreszeit. Auch morgen gibt es Temperaturen, wie sie eigentlich jetzt in den September passen. 16 bis 21 Grad. Unter den dichten Wolken ist es am kältesten. Wahrscheinlich Richtung Niedersachsen, aber auch in der Altmark Richtung Harz und Eichsfeld sieht man die Sonne kaum. Hier kann es immer wieder nass werden. Richtung Oberlaus ist dagegen am Vormittag noch eine ganze Menge Sonnenschein. Später kommen auch hier Wolken dazu. Hier im Leipziger Raum wahrscheinlich bewölkt zum Abend hin einzelne Schauer möglich. Das Ganze, wie gesagt, bei Temperaturen von 16 bis 20 Grad. Der Wind ein Thema. Morgen in den Bergen sind zum Teil schwere Sturmwöhnen möglich. Und auch im Flachland ist der ziemlich ruppig unterwegs. Der Trend für die nächsten Tage. Es bleibt herbstlich nicht zu kalt, nicht zu warm und relativ ruhig bei uns. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Der Trend für die nächsten Tage. Untertitelung des ZDF, 2020